Nach ihrem spurlosen Verschwinden wurden die Mitglieder von all in wieder gesichtet. Allen voran damit ist Bernd, der während eines Aufenthalts in Ägypten in einen Unfall verwickelt war. Blitzeis auf der A20 bei Rostock wird Furiousö Bernd zum Verhängnis. Fake News Sven versuchte seit der Stilllegung, sich im Pokémon fangen. Er benutzt eine bisher unentdeckte Technik des Fangens. Seine Hoffnung ist als erster ein Pokémon in freier Wildbahn zu entdecken. Das unwichtigste Mitglied von all in, Hamster Holger versuchte sich nach seiner kurzen, aber dennoch erfolgreichen Zeit, an dem Fliegen. Von Yannick fehlt bisher jede Spur. Man vermutet, dass es eine Verbindung zu unseren Nachrichtenspezialisten Yannick geben könnte. So, kommen wir jetzt wieder zu der richtigen Nachricht. Ja, mit der richtigen Mann. Ich, der Yannick, mache jetzt die Nachricht. Und ich, der dober Assistent, der Name und so weiter. Ähm, der, ne, ne. Also, jetzt die richtige Sette. Keine Verbindung zu Yannick und Yannick. Eigene, also. Also, jetzt die Nachricht. Der Bernd, äh, ich kann jetzt nicht, ich mache Nachrichten. Wie, was für ein Exzent? Ich hitte ihn. Ja, du machen so. Wie, ich mache so? Was hitte? Alin? Was hitte mit Alin? Was hitte im November? Am 1. November? Ja, der 1. November. Was hitte da? Wer soll die? Ich, soll die nicht Leute wiederholen? Das bleibt ja auch für sie, die, äh, kärle. Am 1. November? Äh, äh, nee, 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 ich hitte nicht, äh, ich hitte nicht, nee. Ich hitte nicht, äh, die Auszahlung. Ich hitte nicht, ja. Bernd, äh, 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 nee, 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 Pause. Äh, ich muss jetzt weiter. Äh, tschüss, Bernd. Sie haben das, äh, nicht hier gehört. Die Yannick, nix zurück hier. Nini. Wirklich nicht hier. Wirklich nicht hier. Vielen Dank.